Warum? Nee, so ein hässlicher Affe. Was ist das? Medizin. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ich höre ein Hustling. Hustlos ein Hustling. Hustlos ein Hustling. Was? Okay, das ist ein lebender, glaube ich. Woher gehen sie? Daddy! Siehst du sie? Hä? Hehehehe. Hallo? Ich bin außer deinem Augen. Jooo! Lass mich doch! Du musst du in einem Moment in deinem Leben haben. Selbst wenn niemand dich wieder liebte. Liebe macht dich wehren. Lass es gehen! Addiction. Ich glaube, die zwei werden mich hier gleich angreifen, sobald ich das Ding hier wahrscheinlich ausschalte. Die Tür dort links wird aufgehängt. Werde ich eigentlich noch beobachtet? Na gut. Addiction. Wir wissen genau was passiert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn du in der Schmerzen bist, werden die Anäuser dich nicht finden. Du... Ich will dich zurück, du zufrieden Mann! Oh, you bitch! You're gonna be fucking sorry! When you cast off the ballast, you ascend, you climb the stairs to adulthood, where you learned to escape. Please don't come near to me. Okay, hier oben war das andere Vieh-Monster, was er finde. Alter, das Spiel macht mich jetzt schon wahnsinnig. Das ist ja noch nicht mal das vollwertige Spiel. Please wait. Auf was? Da kommt nichts mehr. Ähm. Ich frag mal nicht nach. Eigentlich wär's ja ein schönes Haus, aber... Ist ein bisschen runtergekommen, ne? Die Tapeten müssen man mal... erneuern. Ja? Ja? Wimple and Naughty, look at this baby. Look what happens when baby listens to the voices on the radio and doesn't listen to mother. I need you. That's the Bruce! When babies are bad, mother gets disappointed. And the babies have the truth! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Fucking hell, is he crazy. You see what happens when children try to grow up before their time? Oh, shit! Oh, shit! Oh, hello! What the fuck? Ich will hier raus, bitte! Dieses Ton natürlich. Also klar! Destroy your public records. Okay. Aber die Tür ist weg. Achso, geschlossen. Ein Schrank zum Verstecken. Wieso gibt's hier... ...Lifte? Brauche ich das? Ja. Das war einfach nur... ...verrückt. Achso, das ist ein Fleck. Kann ich? Kann ich? Nee. Ja! Gut! Mensch! Ab durch diese Tür? War die Tür schon offen? Was hat sich gerade bewegt? Irgendwas hat sich gerade bewegt. Hiding Spots! Bye! Halt! 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 Nicht gut! Es wäre noch mies, wenn das Mikrofon mit aufgenommen, also ins Spiel integriert wurde, oder mich hören würde. Ist der Typ jetzt weg? Bin ich das Atmen? Ich glaube, ich bin das Atmen. Oh, shit! Ich bin nicht hier! Fuck you! Fuck you, you little bitch! Ich müsste in den Schrank. Fuck! Komm nicht hier rein! Fuck you! Ja, nein! Schließ die Tür! No! Lass mich! Äh, try harder. Okay. Ich versuch's. Job, work, and the purpose of the world thinks you are. Fuck you! Fuck you! Destroy it! Free yourself! Destroy public records. Ich hab keine andere Wahl. Schönes Boot üblichens. Mobility is reduced while carrying larger objects press to drop. Ich mein immer die Schritte ist jemand anderes. Ich mein immer die Schritte ist jemand anderes. Ich glaub der Typ folgt mir jetzt, oder? Kann das sein? Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Bitte komm nicht hier raus. Ich hab ihn gesehen. Oh! Okay. Okay. Junge, Junge, Junge. Wieso spiel ich so was schon wieder? Oder überhaupt? Wenn ich's doch eigentlich hasse. Was ist das? Was ist das? Psychos, Psychosis, Cassie! You full of sanity! You are approaching Psychosis! You need an antidote! Was? 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 Scheisse, Gott! Gimmie das hier! Was ist das für eine Scheisse hier? Ich hasse das Spiel jetzt schon! Ich hasse das Spiel jetzt schon! Was ist das für eine Scheisse hier? Ich hasse das Spiel jetzt schon! Diese Box... ...contains a careful investigation of your private life. The things you thought were secret. Destroy it! Free yourself! Destroy... ...secret life! Destroy private life! Und jetzt soll ich das wieder übertragen! Right? Ich glaube in Outlast ist es eigentlich immer einfacher einfach durchzudringen. Auch wenn ich hier noch nicht weiss... ...was das beste ist. Ja dann zerstöre ich halt mal mein Privatleben. Mein... ...secret Leben. Schade. Schade. Please proceed. Now boys and girls! Exit the trial? MMMMMM! Ich dachte ich müsste da lang! Hau ab! Verpiss dich! Verpiss dich! Ich habe keine Stamina mehr! F***ing hell! Komm schon rein Junge! Ah! Ich hasse Spiele! Wieso spiele ich das? Hallo? Du kannst mir doch helfen! Wieso spiele ich solche Spiele? Wieso? Wieso? Na gut, jetzt... ...sitze ich mich halt hier hin. Wieso? Wieso? Wieso spiele ich solche Spiele? Wieso? ...sitze ich mich halt hier hin. Ich bin so... Wieso spiele ich Horrorspiele? Ich bin so... ...schreckhaft manchmal. mal tut es liebt es ist nicht wie komische kommen ich habe das spiel jetzt schon ok ich dachte es kommt eine sequenz brand new you junge was macht ihr hier für psychoscheisse manchmal kommt mir Outlast vor wie der Film Hostel falls ihr diesen kennt ist auch so ein bisschen blutrünstig Experimente und so weiter und Leute auseinander stöckeln Blut ja passt ziemlich genau ja